Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Koblenz, Herr Baden, wie waren Ihre ersten Arbeitstage? Ich bin seit 1. Januar jetzt im Amt als Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Koblenz, hatte aber schon seit dem Sommer des vergangenen Jahres Gelegenheit, mich einzuarbeiten, habe die Zeit auch nutzen können. Insoweit gab es jetzt keine Überraschungen und die ersten beiden Arbeitstage waren natürlich voll mit Arbeit. Mit Besprechungen, aber Überraschungen gab es keine. Insoweit war es ein angenehmer Start in den neuen Abschnitt. Herr Scherk, die Handwerkskammer Koblenz ist bundesweit vielleicht nicht die größte, aber eine der erfolgreichsten Kammern. Nun bedeutet eine Veränderung an der Spitze auch immer eine Veränderung im Arbeitsalltag. Was wird sich ändern und was wird sich nicht ändern bei der Handwerkskammer Koblenz? Zunächst haben wir eine Kammer, die gut aufgestellt ist. Sie sagten selbst in Deutschland nicht unbekannt. Wir werden das, was wir für gut finden, entsprechend weiterentwickeln. Wir wollen auch spitze bleiben und wollen auch Dinge verbessern, die wir erkennen gegebenenfalls, wo was verbessert ist. Wir wollen aber auf der anderen Seite auch unsere Tätigkeit und Politik etwas umstellen. Wir wollen wieder noch stärker und noch intensiver aufgrund der ganzen Krisensituation für den Betrieb da sein. Denn im Vordergrund für mich und auch für Herrn Baden steht ja, dass der Betrieb eigentlich die Urzelle der Kammer ist und die Kammer eigentlich für den Betrieb da sein muss. Und deshalb wird das zunächst einmal unser Hauptarbeiten-Orkenmerk beinhalten. Herr Baden, das Handwerk ist Ihnen ja nicht unbekannt. Sie waren schon Hauptgeschäftsführer in der Handwerkskammer in Kaiserslautern. Sind das Erfahrungswerte, die man dann mitbringt an den neuen Arbeitsort und erleichtern die den Staat? Durchaus. Ich war fast zwei Jahre Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer der Pfalz in Kaiserslautern und davor 15 Jahre Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaften in Kaiserslautern. Das heißt, ich kenne das Handwerk von unten, von der Pike auf, weiß, wo das Handwerk der Schuhe drückt. Und ich denke, dass wir auch hier uns um die Belange der Betriebe kümmern können, dass wir die Strukturen unserer Arbeit ordentlich aufstellen können. Es entspricht ja auch dem Leitbild der Handwerkskammer Koblenz, den Wert, Werte zu schaffen für die Betriebe, zum Nutzen der Betriebe da zu sein, vor Ort in der Region zu arbeiten. Wenn ich das Stichwort gebe, Finanzkrise, Gesamtsituation, wirtschaftliche Gesamtsituation, wo steht denn das Handwerk in der Region am Anfang 2009, Herr Scherk? Also ich denke, dass diese Krise eine große Chance beinhaltet fürs Handwerk. Wenn ich an die Beschlüsse der Bundesregierung der letzten Monate denke, die aufgrund der Krise entstanden sind, dann kann man ja schon mal sagen, zunächst einmal sind die Abschreibungen verändert worden, es werden neue Mittel zur Verfügung gestellt. Jetzt das neueste Paket, über das diskutiert wird, sind wieder die Investitionen in die Struktur. Das heißt, die Schulen sollen renoviert werden, es sollen die Straßen gebaut werden, es sollen entsprechend die Krankenhäuser entsprechende Zuschüsse bekommen. Das heißt, alles in allem, alles was wir hier besprechen und was die Bundesregierung zur Zeit auf den Weg bringt, ist eigentlich Sache des Handwerks. Und deswegen, noch weniger der Industrie, sondern richtig des Handwerks. Und deswegen sind wir eigentlich der Meinung, dass wir sehr optimistisch die nächsten Monate angehen sollen. Das ist ein sehr positiver Ausblick. Nun ist die Handwerkskammer Koblenz hier in Koblenz zu Hause, das Handwerk hier auch, aber die Handwerkskammer Koblenz pflegt internationale Projekte. Das Stichwort Südosteuropa. Werden solche Konzepte zukünftig weiter verfolgt oder ändert sich was? Wir werden in Zukunft die Konzepte selbstverständlich weiter verfolgen, weil sie dem Handwerk hier in der Region ein Feedback gebracht haben, weil sie aber auch dem Handwerk in Südosteuropa geholfen haben, den Handwerkern dort geholfen haben. Ich selbst war schon während meiner Zeit, als ich noch in Kaiserslautern Hauptgeschäftsführer war, für die Kammer Koblenz in Sofia und in Plovdiv, habe dort entsprechende Vorträge gehalten und konnte erfahren, wie die Betriebe dort die Informationen, die man ihnen gibt, aufsaugen und dankbar sind dafür. Wir haben dort Strukturen angelegt über Jahre hinweg, die sehr effektiv sind und diese Strukturen wollen wir auch in Zukunft weiter zum Nutzen des Handwerks in Europa weiter betreiben. Sie dürfen dabei berücksichtigen, dass ja europäische Gesetzgebungen auch von neuen Mitgliedsländern wie Bulgarien, 1 Ist, mitbetrieben werden. Und da gilt es, gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten, wofür wir die Kollegen aus Bulgarien eben auch brauchen, damit die Gesetzgebung im Europäischen Parlament zum Wohle des Handwerks, auch des deutschen Handwerks, geschieht. Es ist, glaube ich, einfacher, die Menschen in Südosteuropa für den traditionellen Handwerksgedanken, wie wir ihn pflegen, zu gewinnen, als im angloamerikanischen Raum oder in den Westen Europas für diesen Gedanken zu gewinnen, weil dort eine andere Handwerkstradition besteht. Und die Südosteuropäer sind eher auf unserer Linie. Und so weit werden wir das pflegen, aber auch um dem Handwerk in Südosteuropa weiterhin beim Vorankommen zu helfen. Ich komme nochmal zurück auf die Rolle des Handwerks hier in der Region. Das Stichwort sind Partner. Partner haben Sie in Kreishandwerkerschaften und Innungen. Sind denn solche eher traditionellen Organisationsformen auch für die Zukunft vorgesehen? Ja, also wir werden das sogar weiter ausbauen, weiter unterstützen. Wir haben jetzt sozusagen die Fusionen der Kreishandwerkerschaften fast abgeschlossen, außer Birkenfeld. Das heißt, wir haben größere Einheiten geschaffen. Wir haben Dinge geschaffen, dass die Handwerksbetriebe vor Ort gut betreut werden. Das übernehmen die Kreishandwerkerschaften. Wir unterstützen von der Kammerseite her die Kreishandwerkerschaften. Und da ich ja selbst zwölf Jahre Kreishandwerksmeister war und Obermeister vorher war, weiß ich, worum es geht. Und ich weiß, was man braucht. Und ich denke gerade, das ist für uns im Handwerk so wichtig, dass das durchgehend von unten nach oben geht. Und dass wir auch jeder Handwerker weiß, er kann zu seinen Organisationen gehen. Und die Organisationen arbeiten auch zusammen. Das Wichtigste ist ja im Grunde genommen, dass man nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeitet. Und ich kann nur sagen, ich mache jetzt 20 Jahre die Handwerkskammer Koblenz. Ein besseres Miteinander, wie es zurzeit in den Organisationen gibt, hat es noch nie gegeben. Es gibt im Handwerk so ein bisschen auch Nachwuchssorgen. Da spielt die demografische Entwicklung in Deutschland eine große Rolle. Wie will das Handwerk diese Herausforderungen meistern, Herr Baden? Konkret und aktuell spüren wir noch keinen Rückgang. Das Interesse an Ausbildung im Handwerk ist bis in das letzte Jahr 2008 hinein ungebrochen gut. Wir selbst werden dem Handwerk oder dem handwerklichen Nachwuchs auch in Zukunft alles Mögliche an guten Vorleistungen bieten. Wir werden in Rauenthal, hier in Koblenz, das bestehende Ausbildungszentrum abreißen, sagt man, zurückbauen und an dessen Stelle ein neues Ausbildungszentrum errichten für Nahrungsmittel, Gesundheit und Wellness. Weil wir denken, dass gerade auf diesem Bereich eine gute Ausbildung in Deutschland von Nöten ist. Und mit diesem Ausbildungszentrum bieten wir dem Handwerk eine hochmoderne Ausbildungsstätte, sowie auch das Metallzentrum oder unser Kunst- und Designzentrum in Koblenz, das ja auch im bundesweiten Bereich des Handwerks eine Leuchtturmfunktion hat. Also Sie investieren in die Zukunft und Ausbildung. Welche Rolle spielt denn die Bundeswehr dabei, Herr Scherk? Ja, die Bundeswehr spielt nach wie vor bei uns eine große Rolle. Denn gerade die Zeitsoldaten brauchen eine Perspektive. Sie müssen erkennen, dass sie nach ihrer Zeit als Bundeswehrangehöriger auch weiter im Beruf vorankommen können. Und die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr ist ja gerade bei uns traditionell besonders gut. Wir haben eine eigene Abteilung, die sich nur um die Bundeswehr kümmert, nur um das Zusammenleben und auch das, was danach kommen kann. Ich denke, gerade auch die Bundeswehr braucht Fachleute. Unsere Lehrlinge, die bei uns ausgebildet werden, müssen letzten Endes auch ihren Wehrdienst machen. Also die Bundeswehr braucht auch gute Ausbildungsleute. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist bei uns, Sie sprachen eben davon, wo kommen die Lehrlinge her? Es wird sich ja in der Gesellschaft auch etwas ändern. Also viele, die studiert haben oder studieren wollten, werden ja überlegen, ob sie nicht vorher sich einen Beruf aneignen, ob sie nicht ihre ganze Lebensbasis etwas verbreitern. Und ich sehe darin auch die große Chance des Handwerks, denn Handwerk ist ja modern. Handwerk ist ja nicht irgendwo, so ich sag mal, so 0815, sondern Handwerk ist ja alles. Jeden Morgen, wenn Sie aufstehen, fangen Sie mit Handwerk an und abends gehen Sie mit Handwerk schlafen. Ein anderer Weg ist ja, und das scheint sich ja auch so herauszukristallisieren, der Weg Europa. Es gibt Lehrlinge aus dem europäischen Ausland. Rückt das Handwerk in Europa näher zusammen? Ja, also vielleicht nochmal auf diese Aussage von Herrn Baden zu kommen, was unsere Arbeit im Ostbereich Europas ausmacht. Also wir glauben, dass in den nächsten vier, fünf Jahren wir auch Auszubildende aus osteuropäischen Ländern haben werden, die da natürlich auch wieder teilweise zurückgehen. Aber die Globalisierung Europas ist ja nun mal ein Ding, was man, glaube ich, nicht mehr zurückdrehen will und kann. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass auch von dieser Seite her Veränderungen im Ausbildungsmarkt sich einstellen werden. Auch darauf sind wir eingestellt. Wir sind ja wie immer eine flexible Handwerkskammer. Und als flexible Handwerkskammer haben wir natürlich auch die Lehrlinge der Zukunft im Auge. Als flexible Kammer und als flexible Mitarbeiter in verschiedenen Funktionen hat man natürlich auch gerade am Jahresanfang noch Wünsche. Und das ist vielleicht die abschließende Frage. Welche Wünsche haben Sie für 2009, was die Handwerkskammer Koblenz betrifft? Vielleicht Sie, Herr Scherkfang, an. Ich wünsche mir, dass wir alle gesund bleiben, dass wir eigentlich diese Kriegswerten nicht miterleben müssen, dass das möglicherweise wieder bald zu Ende ist. Denn mit Krieg kann man eigentlich die Völker nicht zusammenbringen. Und ich wünsche mir, dass es dem Handwerk gut geht, dass die Betriebe überleben und dass wir im Grunde genommen ein erfolgreiches Jahr 2009 haben. Herr Baden? Ich wünsche meinen Handwerksbetrieben gute Geschäfte, zahlungswillige Kunden, fleißige und erfolgreiche Lehrlinge oder Auszubildende. Dann wünsche ich, dass alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen und für Sie einen guten Start. Ich denke, dass wir uns recht zeitnah hier wiedersehen. Sie sind herzlich eingeladen und danke für das Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.